Die deutsche Lufthansa will ihre Fluggäste künftig gendergerecht ansprechen. Damen und Herren soll also aus dem Sprachgebrauch der Crew verschwinden, berichtet die Bild-Zeitung. Ein Lufthansa-Sprecher sagte, es sei dem Unternehmen wichtig, dass alle Geschlechtsidentitäten berücksichtigt werden. Also das ist total, und dann nicht ein Käufer, eine Käuferin und sein, ihr Einkaufskorb, sondern Enns-Käufer und Enns-Einkaufskorb. Sehr verehrte Ensen und Ensenen, hier spricht Enns-Kapitänens. Herzlich willkommen auf Enns-Einkaufskorb nach Ennsbruck. Enns-Reise-Dauens entspricht ungefährens Trenns-Stunden und Enns-Minuten. Enns-Kürzens gibt Enns-Einkaufskleines Snackens. Enns-Könens-Auswählens-Swischens-Sandwichens oder Brezens. Enns-Wünschens-Einsens-Eins-Eins-Freulichen-Flugens. Vielen Dank, dass Enns-Eins-Für-Eins entschieden habens. Enns.